Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge von 5 Transfers für. In der Bundesliga blicken wir dem Saisonfinale immer mehr entgegen und logischerweise laufen bei den ganzen Vereinen auch schon die Transferplanungen für die kommende Saison. Und heute geht es hier in 5-19 für weiter mit Union Berlin, die ja erneut eine unfassbar starke Saison spielen. In der Bundesliga ist man Tabellenvierter und auch wenn es dort oben ein enges Rennen ist, winkt am Ende möglicherweise sogar die Qualifikation für die Champions League. In Sachen Kaderplanung wird man sich wohl auch weiterentwickeln, mehrere Neuzugänge im Sommer sind denkbar, auch weil ich nicht glaube, dass von den aktuell verliehenen Spielern jemand wieder eingeplant wird, deswegen lassen wir die auch heute komplett außen vor. Um aber Oliver Ruhner dann zu unterstützen, neue Spieler zu finden, gibt es mein Scout-Bericht nun über 5 Transfers für Union Berlin. Um in der Defensive komplett aufgestellt zu sein, ist Ladislav Kretzi mein erster Transfervorschlag. Kapitän mit 24 Jahren bei Sparta Prag, Marktwert von 4,5 Millionen Euro und zudem auch noch ein Vertrag bis 2025 sind erstmal so die reinen Fakten. Und hier ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis Kretzi in eine europäische Top-Liga wechselt, denn sein Profil ist super interessant und auch optimal für Unions-Spielsystem. Der Tscheche ist 1,91 Meter groß, aggressiv und physisch stark in den Zweikämpfen, am Ball super und auch richtig gut im Kopfballspiel. Und was ich vor allem top finde, seine Flexibilität. Denn hier gibt es ja im Mittelfeld und auch in der Innenverteidigung durchaus schon ein paar Planungen bei Union. Alex Kral von Schalke steht ja aktuell fürs Mittelfeldzentrum im Fokus, ist als günstige Alternative sehr spannend, aber nicht wie von einigen Unionern gemeint ein 1 zu 1 Backup für Kedira. Denn Kral agiert deutlich offensiver, ich persönlich sehe ihn auf jeden Fall nicht als alleinigen Sechser. Kretzi kann aber genau diese Rolle einnehmen, genauso aber auch als Option in der Innenverteidigung dienen. Und selbst auf der 8 kann der junge Mann spielen. Wahnsinnige 11 Tore in 14 Ligaspielen sind für einen Spieler seiner Art eine wirklich überragende Quote. Und Spieler aus Tschechien sind hier auch oftmals relativ günstig zu haben, zumindest mit einem Verhältnis zu anderen Ländern, zu anderen Preisklassen wie in der Premier League in England als bestes Beispiel. Und deswegen glaube ich schon, dass man hier einen wirklich günstigen Deal aushandeln kann. Vielleicht sogar ein bisschen unterhalb des Marktwerts und da auf jeden Fall sehr viel richtig machen kann. Einer meiner Königstransfers kann aber dann vor allem Milos Kerkes sein. Während wir eine Innenverteidigung mit Kretzi eine weitere Option haben als dann vielleicht möglichen Ersatz für Baumgartel, hängen dort natürlich weitere Zugänge ganz klar von Abgängen ab. Daher gibt es da Fragezeichen hinter Döki, der sich wirklich toll entwickelt, Paul Jekyll, der zwischendurch mal nicht so ganz zufrieden war. Kandidaten gäbe es meiner Meinung nach mit. Zum Beispiel Patrick Pfeiffer, Hiroki Ito, Moritz Jens, Beji Omoradzic oder auch Marvin Friedrich zu Genüge. Deswegen blicken wir auf die Außenverteidigerposition. Als Schienenspieler sind diese natürlich unglaublich wichtig im System von Urs Fischer. Julian Riasson ist ja im Winter gegangen. Mit Josip Joranovic wurde ein toller Spieler verpflichtet. Zudem aber natürlich hier noch Christopher Trimmel und auch Winterneuzugang Jérôme Roussillon. Nico Gieselmann steht ja vor einem Abgang und ein Top-Neuzugang macht hier auf jeden Fall Sinn, vor allem mit Blick auf die Zukunft. Und genau da kommen wir eben zurück zu Milos Kerkis. Viele kennen den Ungarn möglicherweise schon so ein bisschen. Wurde ja auch er bereits mit Leverkusen, Dortmund oder auch Wolfsburg so ein bisschen in Verbindung gebracht. Wirklich konkret wurde es aber da auch noch nicht. Und vor allem Unionsperspektive mit Spielpraxis, einem wirklich guten Umfeld sich zu entwickeln. Und ja vielleicht sogar der Champions League kann dann auch genau richtig sein für Kerkis. Der 19-Jährige ist gesetzt bei Azec Alkma. 48 Spiele in dieser Saison mit 5 Toren, 8 Vorlagen sind zum einen der klare Ausdruck dafür, dass er tolle Quoten hat auch in Sachen Offensivbereich. Und vor allen Dingen eben auch, dass er ein Dauerbrenner ist. Also der ist wirklich fit für 50 Pflichtspiele in der aktuellen Saison. Das ist schon unfassbar gut. Und wie gesagt, 5 Tore, 8 Vorlagen, das sind super Quoten für einen Außenverteidiger einer Viererkette. Denn dort spielt Kerkis am meisten. Im Sommer wird womöglich auch dann der nächste Schritt folgen. Alkma will bei einem passenden Angebot auch gesprächsbereit sein. Und da reden wir sicherlich aber dann auch über eine Summe von vielleicht 10 bis 15 Millionen Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld, was sich aber auch für so ein Spielerprofil lohnt. Wir haben hier hohes Tempo, beweglich, Topflanken, aggressiv in der Defensive und vor allem eben auch extrem laufstark. Milos Kerkes kann der Top-Transfer für die linke Seite sein. Im Zentralmittelfeld kann ja Alex Kral wie angerissen vor allem für die 8 spannend sein. Gesucht wird aber wohl auch ein neuer Zehner. Und da bin ich auf Marco Tolic aufmerksam geworden. Wir reden nämlich hier über einen der besten Scorer überhaupt in Europa. Auch wenn Tolic für NK Maribor nur in der ersten Liga Slowenien spielt, ist das trotzdem richtig gut, was er macht. 11 Tore und 13 Vorlagen in 32 Spielen sind überragend gut. Und eben weil der 26-Jährige in einer kleineren Liga spielt, kann er eben auch genauso gut ins Raster von Oliver Runert passen. 1,89 Meter groß, wirklich kräftiger Körperbau, technisch richtig stark und auch eine Ruhe am Ball, zeichnen Tolic als Spieler aus. Aktuell ist er von Dinamo Zagreb an NK Maribor verliehen. Die Laie endet aber im Sommer und genau dann ist auch ein günstiger Deal für Union möglich. Sogar vielleicht mit einer weiteren Laie, denn sein Vertrag bei Zagreb läuft noch zwei weitere Jahre. Ansonsten reden wir hier über eine Ablöse rund um den aktuellen Markt, etwa 1,5 Millionen Euro. Und wenn man eben dort auch in der Kaderbreite Platz macht mit Abgängen von Öztunali, Möwald, Pantovic, Masiejewski soll da wohl auch gehen, die allesamt keine große Rolle spielen, dann holt man sich hier auf jeden Fall einen guten, interessanten Zehner hinzu, ohne großes Risiko. Auch hier hätte ich natürlich auch einen anderen Spieler mit reinbringen können, vielleicht auch einen Topmann, der 5 bis 10 Millionen Euro kosten kann. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob Urs Fischer tatsächlich immer auf den Zehnern bauen möchte oder das einfach nur als weiteres Zielmittel gerne hätte. Und genau dann würde Marco Tolic super reinpassen. Auf dem ersten Blick vielleicht ein überraschender Vorschlag, kann ich mir aber Jonathan Burkhardt von Mainz 05 bei Union Berlin richtig gut vorstellen. Auch wenn vielleicht einige von euch jetzt sagen, hä, das ist doch irgendwie voll unrealistisch. Okay, ich sage euch mal, was meine Gedanken bei Jonathan Burkhardt und Union Berlin sind. Und diese Gedanken habe ich schon seit einigen Tagen, dass das irgendwie ein gutes Match sein könnte. Ja, Burkhardt hat diese Spielzeit extremes Verletzungspech. Die Saison ist wie noch schon gelaufen und der 22 hat nur 11 Mal gespielt. Ein Tor konnte er machen, plus zwei vorbereiten. Und ja, wenn man natürlich eine solche Seuchensaison hat, dann kann es auch nicht schaden, bei seinem Stammverein zu bleiben, sprich Mainz 05. Man könnte aber auch mit dem ohnehin nächsten Karriere-Step umso stärker aus einer solchen Verletzung zurückkommen. Denn sollte Geraldo Becker nicht zu halten sein und im Sommer Berlin verlassen, ist Burkhardt mein Top-Nachfolger. Ich habe auch hier über andere Kandidaten nachgedacht. Auch eine grundsätzliche Systemumstellung ist sicherlich nicht auszuschließen. Aber Burkhardt und Union passt für mich irgendwie richtig gut zusammen. Der Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft ist perfekt für eine Doppelspitze, sucht immer wieder die Tiefe mit seinem enormen Tempo, ist sehr, sehr stark vor dem Tor, gut im Dribbling und auch körperlich nicht so verkehrt. Also rein vom Spielertyp kann er auf jeden Fall einen wie Geraldo Becker ohne große Probleme ersetzen. Und da sein Vertrag auch nur noch bis 2024 läuft, ist ein Abgang, trotz Markthead von 12 Millionen Euro sicherlich nicht auszuschließen. Und ja, das ist sicherlich ein Transfervorschlag, der für viele von euch möglicherweise unrealistisch ist oder vielleicht auch einfach gar keinen Sinn ergibt. Aber in meinem Kopf, wenn ich Burkhardt in dem roten Trikot, nicht mehr bei Mainz, sondern bei Union sehe, glaube ich schon, dass das für ihn der richtige Schritt sein kann, weil auch die Konkurrenz in der Mainzer Offensive nochmal deutlich größer geworden ist und er bei Union und dort sogar sportlich mehr sicherlich bekommen kann in der nächsten Spielzeit direkt vielleicht besser performen kann. Und deswegen ist das für mich super interessant. Und super interessant kann auch Cero Gerasi sein. Kevin Behrens spielt ja, wie ich finde, eine überraschend starke Saison. Wenn Becker aber geht, muss man sich grundsätzlich nochmal breiter und besser aufstellen im Sturmzentrum. Meiner Meinung nach. Sven Michel könnte hier gehen. Jordan würde ich möglicherweise nochmal ein Jahr geben. Und Lebeling macht es nach Einwechslungen auch nicht so verkehrt. Als neuen Topmann fürs Sturmzentrum, in meinen Planungen eben daneben Jonathan Burkhardt, kann Gerasi sehr gut hineinpassen. 1,87 Meter groß, stark auch mit dem Rücken zum Tor, super Ballbehandlung, physisch top und im Abschluss sowohl mit dem Fuß als auch mit dem Kopf sehr gefährlich. Also auch die Komponente hätten wir wieder im Spiel von Union Berlin. Die Bundesliga kennt der gebürtige Franzose logischerweise mittlerweile sehr, sehr gut. Erst vom 1. FC Köln und eben auch nun vom VfB Stuttgart. Dort ist der 27-Jähriger einer der wichtigsten Spieler überhaupt, steht bei 9 Toren nach 19 Ligaspielen und könnte im Sommer auf den Markt kommen. Denn steigt der VfB ab, ist er sicherlich weg und selbst wenn der Klassenerhalt gelingt, ist noch nicht klar, ob Stuttgart die Kaufoption ziehen kann. Diese soll wohl bei einer Summe zwischen 9 und 12 Millionen Euro liegen. Auch Stadren, sein Stammverein, plant trotz Vertrag bis 2025 nicht mehr mit ihm. Für Union kann somit auch eine Laie mit Kaufoption oder ein direkter Kauf interessant sein. Auch hier habe ich natürlich über andere Spieler nachgedacht. Ein Boniface wird natürlich von vielen genannt, aber ich wollte auch grundsätzlich bei diesen 5 Transfers, jetzt sieht man diese ganz typischen Gerüchte mit rein, in dem soll man vor allem auch ganz gerne bewusst auf andere Namen blicken. Auf links hatte ich auch nochmal einen Borna Sosa auf dem Zettel, der aber natürlich nicht ganz so günstig wäre für das Mittelfeldzentrum. Ein Immanuel Ferrei, aber ich wollte eben auch auf jeder Position auch nochmal allen Union-Fans ein paar andere Alternativen darstellen und Cero Gerasi kann hier auf jeden Fall eine richtig gute sein. Und wie gut das dann zusammenpassen kann, sehen wir hier nochmal beim Blick auf die mögliche Aufstellung in der kommenden Saison. Im Tor, das hatten wir ja gar nicht angerissen, bleibt, wie ich finde, alles wie es ist. Renault als Nummer 1, Lennart Grill als Herausforderer, Jakob Busk als Nummer 3. Warum sollte man da irgendwas verändern? Erst recht nicht nach der Festverpflichtung von Lennart Grill. In der 3er-Abwehrkette könnte sich meiner Meinung nach aber dann noch am meisten verändern. Ich gehe stark davon aus, dass Diogo Leite festverpflichtet wird und Robin Knoche an Bord bleibt. Bei Danilo Döcki ist halt die große Frage, gibt es dann am Ende ein so konkretes Interesse, dass ein Abgang für beide Seiten vorstellbar ist, dann ist sicherlich ein Transfer möglich. Ansonsten bleibt er da, wenn Döcki geht, dann können natürlich auch andere Innenverteidiger, wie auch von mir vorhin angerissen, wie Patrick Pfeiffer, Moritz Jens, Omeracic, vielleicht auch eine Rückkehr von Marvin Friedrich, durchaus interessant werden. Ansonsten auch da nochmal Fragezeichen hinter Paul Jekyll, wobei ich ihn wirklich gut finde. Ich finde, er passt sehr, sehr gut auch zu Union Berlin. Und wenn wir eben dann auch einen flexiblen Defensivspieler holen, mit vor allen Dingen auch Ladislav Krezi, kann man ihn natürlich sowohl hinten als auch im Mittelfeld einplanen, wodurch vielleicht auch dann ein Paul Jekyll nochmal deutlich mehr Spielpraxis bekommt. Auf den Außenverteidiger-Positionen haben wir eben dann mit Milos Kerkgesen wirklich einen Top-Mann für die linke Seite, der mit Juranovic ein richtig gutes Duo bilden könnte. Auch Roussillon ist ein Wintertransfer, der, wie ich finde, richtig gut passt. Und weil man ja eh ein bisschen rotieren möchte auf beiden Seiten, passt das so. Trimmel natürlich als Kapitän, als Unioner durch und durch für ein weiteres Jahr richtig gut zu gebrauchen. Sechster-Position haben wir eben dann Raneke Dira natürlich weiterhin gesetzt. Krezi könnte hier sogar nochmal ein bisschen mehr spielerische Lösungen reinbringen. Torstby, Seguin, Schäfer natürlich für alle Positionen mögliche Backups. Laidouni und Habera machen es, wie ich finde, über weite Strecken der Saison wirklich, wirklich gut. Da hat man aber auch generell einen sehr, sehr engen Konkurrenzkampf. Holt man sich dann auch noch einen Zehner mit, in meinem Falle, Marco Tolic und hat mit Krezi noch eine weitere Mittelfeldoption. Ist natürlich nicht auszuschließen, dass neben Öztunali, Möwald und Pantovic vielleicht auch noch einer geht, wie zum Beispiel Paul Seguin. Oder zumindest würde ich das jetzt mal nicht zwingend ausschließen, dass da vielleicht noch ein bisschen was passiert. Und dann haben wir die Doppelspitze. Wäre bei mir komplett neu. Mit Burkhardt und Gerasi würde ich in meinem Kopf auf jeden Fall feiern. Labeling würde ich auf jeden Fall ja weiterhin Chancen geben. Behrens, Jordan kannst du auch immer wieder gebrauchen. Und damit würde man, glaube ich, auf jeden Fall noch mal in Summe einen Schritt nach vorne machen. Kommen wir zum Fazit von 5 Transfers für. In den letzten Jahren hat sich ja im Kader von Union Berlin, vor allem auch im Sommer, immer wieder viel verändert. Auch in diesem Jahr kann das passieren, wenn eben Spieler wie Döcki, Jekyll oder Becker gehen. Ansonsten wird der Umbau wohl nicht allzu groß ausfallen. Trotzdem gibt es Positionen, wo Nachholbedarf herrscht. Zehner Position, Linksverteidigung. Und das sind sicherlich so Baustellen, wo man unabhängig von Abgängen was machen möchte. Mit meinen 5 Transfers gehen Runardt und Fischer sicherlich dann auch in die richtige Richtung. Auch für die Champions League wäre man meiner Meinung nach gut aufgestellt, um eben auch dann erneut die Dreifachbelastung zu packen. Denn selbst wenn man nicht die Champions League erreicht, wird man Europa League spielen. Und natürlich hat man auch dort wahrscheinlich dann die ähnlichen Ziele wie eh in der Champions League. Da wird man natürlich jetzt auch nicht größenwahnsinnig werden. Deswegen glaube ich schon, dass die Transfer- und Kaderplanungen relativ ähnlich verlaufen. Egal, ob man jetzt Vierter oder Fünfter wird. Und jetzt sei zum Ende natürlich auch noch ihr gefragt. Welchen meiner 5 Vorschläge findet ihr am besten für Union Berlin? Welcher Transfer würde noch Sinn ergeben für die Köpenicker? Und welchen Verein gibt es noch, wo ich mal nach 5 Transfers suchen soll? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und bleibt am Ball!